Musik Wir sind der Teamleistungskader aus Berlin. Wir sind sozusagen die talentiertesten Herren-Schiedsrichter in Berlin. Das Schiedsrichterteam Leistungskader aus Berlin, eine Gruppe von leistungsorientierten Schiedsrichtern im Berliner Fußballverband. Das Besondere ist sicherlich, dass im Gegensatz zum normalen Mannschaftssport der Schiedsrichter ja ein Einzelsport ist. Und wir uns in dieser Gruppe aber gemeinsam auf Spiele vorbereiten, also gemeinsame Schulungen machen. Dazu gehören auch Videoschulungen, bei denen Szenen aus der Bundesliga oder eigene Szenen aus Spielen ausgewertet werden. Zu der populärsten Sportart in Deutschland gehören nicht nur die 22 Spieler auf den Platz, sondern ganz wichtig sind auch die drei, beziehungsweise manchmal auch der Einzelschiedsrichter in der Mitte. Höchste Auszeichnung für uns ist meistens, wenn wir in Lokalzeitungen, Sportzeitungen nicht erwähnt werden oder im Internet nicht erwähnt werden nach dem Spiel. Das ist schon das höchste aller Gefühle, deswegen ist es natürlich umso schöner, wenn man mal mit einem Preis ausgezeichnet wird als Schiedsrichter, was doch eine Seltenheit ist und darüber freuen wir uns. Wir freuen uns und gratulieren herzlich zum Ehrenpreis des Amateursportpreises 2018.